It's the most wonderful time, it's the most wonderful time of the year. BÖRL TV Schön, dass Sie dabei sind hier in unserem 50-Tage-Weihnachtskontor, obwohl es sind nicht mal mehr 40 Tage bis Weihnachten. Wir möchten Ihnen hier vielleicht auch Geschenkideen für die Frauen zeigen, die den Damen warm ums Herz werden lassen. Das kann man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, eben auch sich Geschenke schon zu überlegen, weil Sie wissen, dass viele Sender oder viele Nachrichten haben das gemeldet, dass der Einzelhandel Angst hat, dass es im Dezember viele Sachen nicht mehr gibt. Alles, was Sie hier sehen, gibt es. Und deshalb, wenn Ihnen was gefällt, und ich bin mir sicher, es gefällt Ihnen was, dann ganz schnell ans Telefon und bestellen. Jetzt habe ich gesagt, warm ums Herz. Eigentlich nicht nur ums Herz, sondern den ganzen Körper, oder? Das stimmt. Und Ralf kam vorne ins Studio und meinte so, boah, heute ist aber kalt. Und wenn das schon Ralf sagt, dann heißt es, es ist richtig kalt. Und deswegen habe ich was zum Muckeln, zum Kuscheln. Das macht man ja in diesen kalten Tagen sehr, sehr gerne. Nämlich in Form von wunderschönen Decken. Eine schöner als die nächste. Und wenn Sie sich nicht entscheiden können, dann nehmen Sie doch einfach alle. Als erstes möchte ich Ihnen eine Decke zeigen. Die nennt sich Decke mit Schakardesign. Und dieses Schakardmuster ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Das habe ich mal in diesen Designgeschäften, beziehungsweise in diesen Möbelzeitschriften gesehen. Und das ist wirklich was Tolles. Man hat hier ein wunderschönes florales Muster. In diesem Grau-Tob-Ton. Aber darin finden sich dann diese weißen Blüten und Blätter. Und die Rückseite, die ist weich wie ein Babypopo. Man hat hier diese Lammfell-Optik. Also alle Decken, die Sie gleich sehen, ist es kein echtes Fell. Also das nur noch mal, dass Sie das wissen. Sondern es ist Lammfell-Optik. Sieht täuschend echt aus. Ist genauso weich, kratzt auch nicht und hat eine unfassbar tolle Qualität. Jetzt reden wir von einer Riesendecke von 200 mal 150 Zentimeter. Da könnte sich die ganze Familie darunter kuscheln. Da würden sogar Ralf und ich noch darunter passen. So groß ist diese Decke. Und ich finde, so eine Decke auf dem Sofa, das sieht einmal unfassbar schön aus. Aber du hast eben noch mal so eine richtig schöne Kuscheldecke. Und gerade jetzt, wenn du abends vorm Fernseher sitzt, da ist es ja schon ziemlich kalt, oder? Oh ja, und ich denke, so eine Decke ist ja ein ganzes Jahresprodukt. Auch im Sommer kann man ab und zu mal eine Decke brauchen. Aber jetzt sowieso. Es wird einfach, sobald die Sonne untergeht, biestig kalt überall. Und ich finde das schön, tagsüber eine Designer-Tagesdecke. Das können wir hier wirklich sagen. Ich meine, ich habe sowas sogar schon mal in der Regenbogenpresse bei so einem Promi-Special gesehen, dass die solche Decken eben auch haben. Und das ist absolut in dieses, was du gerade erklärt hast, dieses sogenannte Chakra-Design. Ist auch der Preis, der ist super. Sie sparen heute, wenn Sie jetzt anrufen, 70 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Solche Decken. Und wir haben hier wirklich eine unfassbar dicke Qualität von Wilson und Garber. Man sieht das hier jetzt schön. Also die sind richtig dick. Das ist nicht nur so eine dünne Fließdecke, die es an der Supermarktkasse gibt. Die ist richtig dick. Die speichert die Wärme. Das ist eine tolle Qualität. Würde an dieser Stelle normalerweise fast 100 Euro kosten. Aber jetzt zum TV-Sonderpreis für 40,84 Euro. Also das ist auch mal eine schöne Geschenkidee, oder? Ja, und vor allem, meine Herren, sorgen Sie dafür, dass die Dame Ihres Herzens nicht friert. Sie kennen die Redewendung Happy Wife, Happy Life. Also wenn es den Frauen gut geht, dann geht es uns Männern auch gut. Diese wunderbare Tagesdecke als auch Kuscheldecke im Chakard-Design kostet gerade mal 40,84 Euro. Und hat die Bestellnummer NX8513 und die 569. Alles, das möchte ich noch mal betonen, was Sie in dieser Sendung sehen, ist sofort lieferbar. Aber das ist nicht unbegrenzt so. Und du hast uns eine weitere Decke gebracht. Die erinnert mich ein bisschen an früher. Aber das ist ja wieder komplett in dieses Strick-Zopf-Design. Alles, was früher modern war, kommt jetzt wieder, ob es die Schlaghosen sind oder dieses tolle Strick-Zopf-Design. Und das in Form von Mützen, von Handschuhen, von Schals und eben in Form dieser wunderschönen Decke. Auch die Oberseite sehr, sehr hübsch, sehr dekorativ. Also auch mal schön als Überwurf für das Sofa oder zum Beispiel auch fürs Bett. Ja, da hat man so ein bisschen Hotelatmosphäre. Und die Rückseite, die Unterseite, also die Seite, die mit der Haut in Kontakt kommt, die ist schmeichelzart. Auch hier haben wir wieder feinste Lammfelloptik, also diese Webfellsoberfläche. Und das ist unfassbar weich. Jeder, der das schon mal angefühlt hat, angefasst hat, weiß, es ist eine unfassbar tolle Qualität für 44,64 Euro. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, wer sich heute nicht entscheiden kann, der darf auch gerne mehrfach zugreifen. Und unsere Decken sind auch allesamt waschbar in der Waschmaschine bis 30 Grad. Auch das ist ein Qualitätsmerkmal, weil so eine Kuscheldecke, die will man ja auch ab und zu mal waschen. Und die sieht so richtig einladend aus. Also je näher man kommt an diese Decke, desto schöner sieht die eigentlich aus. Ich hatte früher auch so einen Schal. Jetzt gibt es das ja als Rollkragenpullover. Also das ist wieder ein total angesagtes Design. Und auch das Muster ist wirklich überall schick. Und ich finde, diese Decke passt auch zu jeder Einrichtung. Ob sie eher rustikal eingerichtet sind, ob sie ein bisschen moderner, heller eingerichtet sind. Das ist einfach so eine Decke, die legst du auf und alles sieht schön aus. Ja, und diese Strickzopf-Design ist wirklich mittlerweile zeitlos schön. Nochmal, ich möchte auf die Pelze hinweisen. Das sind Weepelze, also rein künstlich hergestellte. Kein Tier musste für irgendeins unserer Produkte in dieser Sendung leiden. Also das kann man dann mit richtig gutem Gewissen kaufen. Nur wenn Sie sagen, wow, so ein Strickzopf-Design mit übrigens auch unglaublicher Größe. 1,80 Meter mal 1,50 Meter. Das ist das Richtige als Tagesdecke. Oder dann, wenn es eben kühler wird als Kuscheldecke. Dann notieren Sie bitte die Bestellnummer NX8514. Und die 569. Der Preis, auch hier sparen Sie über 50 Prozent. Im Vergleich zur unvermittelten Preisempfehlung 44,64 Euro. Jetzt sind wir in der Weihnachtszeit. Da gibt es eigentlich eine dominante Farbe. Und da sehen Sie jetzt gleich diese Farbe. Aber das ist auch etwas unglaublich, ungeheuer Gemütliches. Du sagst es schon. Also diese Decke ist jetzt so ein bisschen weihnachtlicher vom Motiv her. Erinnert an den Mantel des Weihnachtsmanns. Man hat jetzt hier die Oberseite mit so roten Noppen. Auch sehr, sehr schön gemacht. Das macht also auch die sehr groß. Die Decke mit 150 mal 200 Zentimeter sogar. Also 200 Zentimeter. Wie gesagt, die Oberseite ist mit roten Noppen. Die Unterseite wieder mit dieser Lammfelloptik. Also ganz, ganz weich. Es ist eine absolute luxuriöse Tagesdecke. Mit der man nicht nur bei Tag muckeln und kuscheln kann. Sondern auch abends, wenn man vorm Fernseher noch sitzt, ein Buch liest. Oder vielleicht einfach noch mal es sich gemütlich machen will. Da ist sie wunderbar. Auch hier wieder eine ganz dicke, flauschige Qualität. Ich kann das nur noch mal betonen. Bei all unseren Decken. Die Qualität ist atemberaubend. Die Qualität ist unschlagbar. Das sind richtig dicke Decken. Die sind so dick. Da kommt wirklich kein Lüftchen durch. Die speichern die Wärme. Die nehmen die körpereigene Wärme auf. Speichern diese und es ist wirklich eine ganz tolle Qualität. Es fühlt sich wirklich an, als würden Sie mit einem Babykaninchen kuscheln. Das kann ich Ihnen verraten. Ich habe noch nie mit einem Babykaninchen gekuschelt. Aber so kann man sich so unglaublich weich, könnte man sich das vorstellen. Auch hier sparen Sie wieder wahres Geld. Fast 40 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. 42,74 Euro, das ist Ihr TV-Sonderpreis. Jetzt natürlich tagsüber eine schöne Tagesdecke übers Sofa, vielleicht auch übers Bett oder übers Gästebett. Und abends kuschelt man sich dann, wenn es sein muss, mit der ganzen Familie rein. Zwei Meter mal ein Meter fünfzig. Also da passen wir auch zu dritt oder zu viert problemlos drunter. Die Bestellnummer ist hier die NX 8516 und die 569. Und ich glaube, man sieht, wie gut es Diana und Monika unter unseren Kuscheldecken geht. Ja, die Decken sind wirklich ganz toll. Ich sitze ja auch bereits auf einer Decke, weil ich diese Qualität einfach liebe. Es sind atemberaubend schöne Decken. Schauen Sie, egal ob Schakardesign, rote Noppenoptik oder eben Strickzopfe, sind alles ganz, ganz tolle Decken. Und jeder kommt ja auf seine Kosten. Greifen Sie jetzt zu. Der Preis ist unschlagbar. Sie dürfen auch gerne mehrere bestellen. Man kann die ja auch schön kombinieren. Die rote ist festlich, weihnachtlich, die helle vielleicht auch für den Herbst. Also es ist wirklich eine ganz tolle Decke. Ja, und weiter geht es mit einer fantastischen Decke, die ich persönlich das ganze Jahr bei mir auf dem Sofa liegen habe. Es ist eine wirkliche Kuscheldecke. Aber was man dieser Decke überhaupt nicht ansieht, sie kann auch noch heizen. Ja, also das ist erstmal unsere größte Decke, die wir im Sortiment haben. Hier mit 180 mal 200 Zentimeter. Allein dieser dicke Webpelz sieht schon unfassbar schön aus. Die ist so ganz schmeichelzart. Die hat so einen Schimmer. Also wirklich eine ganz tolle Decke. Aber was das Besondere ist, und das hast du kurz angesprochen, Ralf, ist natürlich, dass es gleichzeitig auch noch eine Wärme oder eine Heizdecke ist. Man hat hier eine Fernbedienung und da können Sie jetzt bis zu 10 Heizstufen einstellen. Und Sie haben sogar eine Timer-Funktion. Und die Timer-Funktion finde ich sehr, sehr hilfreich. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt im Schlafzimmer, da ist es ja dann doch recht frisch, weil man häufig lüftet oder vielleicht auch den ganzen Tag über das Fenster auf hat. Jetzt können Sie folgendes machen. Die Decke einfach ins Bett legen, Timer-Funktion einschalten und nach der gewünschten Zeit schaltet sich die Decke automatisch aus. Sie können, wenn Sie die Decke waschen möchten, können Sie die auch abnehmen. Das Bedienteil, vielleicht könnt ihr das mal zeigen, da hat man hier, genau, kann man das herausnehmen, abziehen einfach und dann kann man diese Decke auch bei bis zu 40 Grad waschen. Das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal. Das heißt Heizdecke, Sie können aber auch, und das hast du ja gemacht, Ralf, du kannst natürlich auch das Heizbedienteil abnehmen und kannst es als ganz normale Decke nutzen. Genau, ich habe es als ganz normale Decke und wenn es richtig kalt wird, dann wird es eingesteckt und dann kommt die Wärme. Und ich kannte vorher Heizdecken eigentlich nur als steife Bretter. Sie kennen das vielleicht auch noch früher, meine Mutter hatte so eins im Bett liegen, wegen der Rückenschmerzen und zum Vorheizen. Das hier hat mit diesen alten Heizdecken gar nichts mehr zu tun. Die Decke selber kuschelweich, man spürt überhaupt nicht, dass da Heizelemente verbaut sind. Und wenn man es dann einschaltet, dann ist es wirklich unglaublich. Und ich habe ab und zu mal Besuch, meine Töchter waren bei mir zu Besuch, beide haben diese Decke ausprobiert. Ja, klar, was war, ich will auch. Und das ist bei wirklich allen Frauen, wer einmal diese Decke erlebt hat, der will sie zu Hause haben. Und eins hast du gesagt, das finde ich auch sehr, sehr schön, also ich bin ja auch so jemand, der hat im Zimmer, im Schlafzimmer immer das Fenster offen. Und wenn es dann mal richtig kalt ist, also ich habe es gekippt, auch im Winter, aber wenn es dann mal richtig kalt ist, dann legst du die Decke einfach ins Bett und wärmst das Bett vor. Das ist so angenehm. Und hier, diese 82,64 Euro, das ist natürlich wieder exklusiv Ihr TV-Sonderpreis. Und glauben Sie mir, Sie werden oder Ihre weiblichen Mitglieder der Familie werden Sie noch mehr lieben. Und wenn ich mal ab und zu eine gleiche Erkältung habe, dann setze ich auch mal die Heizfunktion ein und dann geht es mir auch wieder gleich richtig gut. Auch das ist eine tolle Idee. Sie haben ja bis zu 10 Heizstufen. Das heißt, hier kommt auch jeder auf seine Kosten. Das ist eine wunderbare Decke von Wilson und Gaber, auch hier wieder eine ganz dicke Qualität. Und ich finde das eben auch toll, dass du das Heiz, ja, dass die Fernbedienung abnehmen kannst und kannst sie dann tatsächlich auch waschen. Das findest du bei den allerwenigsten Decken. Na und das finde ich dann schade, weil wenn ich so eine Decke auch zum Kuscheln nutze, dann möchte ich sie ab und zu auch mal waschen. Also greifen Sie hier zu. Für 82,64 Euro ist es ein wunderbarer TV-Sonderpreis. Das gilt allerdings nur jetzt und die nächsten zwei Stunden. Sie können gerne auch mehrere Decken kaufen. Ich habe auch schon eine Kundenzuschrift bekommen von einer Dame, die nutzt diese Decke als Spieldecke für ihre Kinder. Die Tür ist nicht so ganz abgedichtet. Da kommt immer so ein bisschen wie so ein kalter Luftzug rein. Und dann erkälten sich die Kinder auch nicht. Ja, natürlich auf den Boden legen. Dann kann man sich kuschelig warm auch auf den Boden machen. Wir kennen ja früher noch diese Bärenfälle vor einem Kamin. Jetzt hat man sein eigenes Bärenfell, aber ohne dass ein Bär leiden musste. Das ist auch alles Wehpelz. Aber ich möchte noch mal wirklich darauf hinweisen. Das ist mein persönlicher Tipp für Sie. Wenn Sie eine Kuscheldecke mit Heizfunktion haben wollen, dann ist es die. Die ist so kuschelig weich. Man spürt die Heizelemente nicht. Aber wenn man es dann zuschaltet, dann wird es einem sofort kuschelig warm. Die Bestellnummer für meinen persönlichen Tipp für Sie, das ist die NX 7453 und die 569. Und da kann es draußen kalt sein, wie es will. Es kann stürmen, es kann schneien, es kann frieren. Sie werden kuschelig warm auf Ihrem Sofa oder in Ihrem Bett liegen. Mir hilft es übrigens auch mal, wenn ich Verspannungen im Rücken habe. Da ist bei mir Wärme sehr hilfreich. Also nicht nur gegen das Frieren, sondern auch gegen Verspannungen setze ich diese Decke ein. Und das kann ich Ihnen einfach nur empfehlen. Also mein, ich muss es auch mal betonen, weil auch jeder, der bis jetzt bei mir zu Besuch war, komplett begeistert war. Mein persönlicher Tipp für Sie, wenn Sie eine Kuscheldecke suchen, nehmen Sie gleich die mit Wärmefunktion. So, jetzt hatten wir vier wunderbare Kuscheldecken. Aber was Frauen sehr oft haben, und da können wir Männer wirklich ein Lied davon singen, wenn nachts kalte Füße unter der Decke rüberkommen. Gegen kalte Füße und gegen verspannte Füße hast du uns jetzt auch noch was mitgebracht. Ein wunderbares Massagegerät. Und gerade so Füße sind ja immer für uns etwas, also Füße tragen uns das ganze Leben. Ja, und Füße behandelt man meistens nicht so, wie sie es verdient haben. Wir Frauen zum Beispiel tragen viel zu unbequeme Schuhe, nur weil sie eben schön aussehen. Aber auch die Füße brauchen eine regelmäßige Entspannung in Form einer hochprofessionellen Massage. Und dazu habe ich jetzt ein Gerät mitgebracht. Und das ist ganz, ganz toll. Man steckt hier nämlich in dieses Gerät, und da sieht man das jetzt schon schön, einfach nur die Füßchen hinein. Man hat jetzt hier links und rechts jeweils vier hochwertige Massageköpfe. Und die verwöhnen jetzt ihre Füße. Man hat hier eine stimulierende Shiatsu- und Meridianmassage. Das heißt, hier werden die Reflex- und Akupunkturpunkte angeregt und massiert. Von der Zehenspitze bis zur Fersensäule. Alles wird hier schön massiert. Und du hast das auch in Form einer 3D-Luftdruckmassage. Die kannst du jetzt hier, da ist ja im oberen so eine Fernbedienung, hast jetzt hier drei Intensitätsstufen. Es gibt ja Menschen, die sagen, ach Mensch, ich mag das lieber so ein bisschen sanft, nicht zu stark. Wenn es jetzt aber jemand sind, der sagt, wenn ich schon eine Massage habe, dann auch richtig kraftvoll, dann kommen auch Sie auf Ihre Kosten. Das Schöne ist, man hat hier zusätzlich noch, und das finde ich ganz, ganz klasse, eine Wärmefunktion. Die können Sie separat schalten. Wenn Sie keine Wärme mögen, können Sie die auch ausschalten. Und jetzt legt man hier einfach nur die Füße hinein. Jetzt werden hier die Füße massiert, gewärmt, gelockert, die Durchblutung wird gefördert und es führt zur absoluten Entspannung. Das kann ich Ihnen verraten. Also ich finde, dieses zweiteilige Programm, das wir hier haben, also einmal warme Füße, ich glaube kalte Füße kennt jeder, aber zusätzlich auch nach einem langen Tag, wenn einem die Füße weht, tun noch diese zwei Massagearten. Das ist einfach Fußmassage par excellence. Übrigens bis Größe 43 ist das genau das Richtige für Sie. Und jetzt so können wir uns auch wieder ein bisschen glücklicher machen. Einfach unter den Tisch beim Fernsehen schauen oder auch unter den Schreibtisch, wenn man es darf, im Büro und sich die Füße massieren und wärmen lassen. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Man sieht das jetzt ja schon an Diana's Szenen, wie die sich so bewegen. Das ist wirklich, als würden die Daumen eines Masseures ihre Fußunterseite verwöhnen. Und nochmal, hier wird mit dank Reflex und Akupunkturpunkten werden eben diese Meridiane angeregt und massiert oder auch stimuliert. Weil häufig ist das ja so, dass wir kalte Füße haben. Warum? Das liegt daran, dass die Durchblutung nicht richtig gefördert ist. Hier sehen wir übrigens mal die Akupunkturpunkte, die Meridiane. Jeder Punkt ist ja für ein spezielles oder bestimmtes Organ im Körper verantwortlich. Zum Beispiel, wenn man Probleme hat mit der Leber, mit der Niere, mit der Galle. Da gibt es ganz spezielle Akupunkturpunkte und diese werden hier angeregt. Und wenn auch Sie Probleme haben, wenn Ihre Füße einschlafen oder kalt sind. Bei mir ist es immer so, ich bekomme sogar Krämpfe in den Füßen. Hatten Sie das schon mal? Das ist was ganz Schlimmes. Da hilft mir zum Beispiel immer so eine hochprofessionelle Massage. Probieren Sie es mal aus, auch beim Lesen, beim Fernsehschauen, beim Frühstücken. Das kannst du ja immer machen. Ja, mit Sicherheit. Das ist eine perfekte Geschenkidee für eben die Damen, die vielleicht sehr, sehr viel auf den Beinen sind, in dem Einzelhandel im Verkauf sind oder ähnliches. Und die abends oftmals etwas jammern. Oh, mir tun die Füße heute wieder weh. Du hast vorhin was gesagt. Unbequeme Schuhe. Das kennen wir alle. Wir Männer lieben sie. Sie sehen toll aus. Aber zu laufen sind sie eben wirklich sehr, sehr unangenehm. So hochhackige Schuhe, meine ich. Und dann tun einem abends die Füße weh. Und dann einfach mal die Füße in das Gerät hineinstellen und sich verwöhnen lassen. Ich glaube, das ist wirklich eine perfekte Geschenkidee. Sie dürfen es natürlich auch für sich selber gönnen. Auch die Herren dürfen die Füße mal reinstrecken bis Größe 43 ist das hier passend. Und sich einfach mal verwöhnen lassen. Also ich liebe das. Also so eine Fußreflexzonenmassage, das liebe ich auch ungemein, weil es wirklich zu 100 Prozent entspannt. Ich mag das allerdings nicht. Also das ist ja meine persönliche Meinung. Aber ich gehe nicht gerne zum Masseur, weil mir kitzelt das immer. Und mir ist das ehrlich gesagt auch unangenehm, meine Füße jemanden anderen da so zu überlassen. Und hier bist du ganz anonym. Ja, du kannst dich so lange massieren lassen, wie du willst. Du brauchst keinen Termin. Du musst nicht erst aus dem Haus. Du bist einfach. Wenn du eine Massage benötigst, kannst du dich hier verwöhnen lassen. Und das ist wirklich, also gerade die Füße, die tragen uns unser ganzes Leben lang. Und wir gönnen uns eine Gesichtsmaske. Wir lassen uns am Rücken massieren. Aber die Füße, die kommen prinzipiell zu kurz. Und deswegen ist das auch eine ganz, ganz tolle Geschenkidee, oder? Ja, mit Sicherheit. Und eine bezahlbare, wie ich finde. Also ewige Wellness, in Anführungsstrichen. Immer, wenn Sie es wollen, für knapp 113 Euro. Das ist einfach der Wahnsinn. Die Bestellnummer für unser Fußmassagegerät mit der oder inklusive der 3D-Luftmassage und den zwei Massagearten und der Wärmefunktion. Das ist die NX 4879 und die 569. Und ich glaube, wir haben Ihnen ganz, ganz viele wärmende Produkte hier in dieser Sendung vorgestellt. Unsere Jacquard-Design-Decke, Strickzopf, Noppenstrick oder auch die XXL-Heizdecke. Und zum Schluss natürlich auch noch ein Highlight für körperliches Wohlbefinden. Hier unser Fußmassage- bzw. Fußaufwärmgerät. Jetzt sind Sie dran, gehen Sie ans Telefon, holen Sie Ihr Lieblingsprodukt. Ich bin mir sicher, jedes Einzelne ist ein tolles Weihnachtsgeschenk.